Willkommen zurück, Leute. Ach du Schande. Ich hab's tatsächlich ein klein wenig unterschätzt, was da doch alles auf uns zukommt in diesem Kapitel. Ihr habt's ja selbst gemerkt. Heftig, oder? Jetzt mal Real Talk, Leute. Das könnte noch richtig böse werden. Und es war ja auch schon relativ böse. Gucken wir mal, was wir rausholen. Ich bin gespannt. Und wir ziehen uns jetzt erstmal ein klein bisschen zurück. Ich glaube, das wäre doch sehr angebracht. Nicht so ungut. Das werden wir jetzt jedenfalls tun. Und ich denke mal, damit können wir auch durchaus Erfolg haben. Was ich erstmal machen möchte, ist, ich möchte ganz gerne gucken, dass ich ein bisschen hier schon mal durchkomme. Irgendwie wäre das doch sehr schön. Mal gucken, wenn wir das am besten auf die Beine stellen. Vielleicht erstmal vorschwächen mit Palla an der Stelle. Ich meine, Palla tankt ja eh noch zwei Hits. Das wäre ganz in Ordnung. Und danach bringen wir einfach nochmal Julia da raus. Dann ist schon mal einer dieser Drachen endlich weg. Vielleicht sogar tatsächlich mit einem Langsperr. Das würde ja reichen. Ich kann's riskieren. Ansonsten entscheide ich mich halt um. Das ist durchaus in Ordnung, das jetzt mal so zu machen. Mit 83 Prozent. Okay. Hat auch funktioniert. Wenn jetzt nicht, dann hätte ich's halt einen Tick defensiver gemacht. Aber ich möchte gerade wirklich ein bisschen aktiver pushen. Fühlt sich, glaube ich, besser an gerade. Dass wir da ein bisschen durchkommen. Irgendwie auch bizarr, wisst ihr? Diese Feuerdrachen leben hier einfach total in dieser Hitze. Alles umgeben von Lava und was weiß ich. Und wir einfach so... Hey, guck mal, Elfen nicht. Oh nein, Feuer. Ich hasse Feuer. Oh Gott. Schrecklich. Joa, es geht weiter. Mit Magiepunkten. Alles klar. So das Ungewöhnlichste so ziemlich, was immer noch steigt. Kontinuierlich. Aber, joa. Cool. Theoretisch. Ich meine, mit so einer Drachenlanze könnte ich bestimmt auch mächtig durchrushen, oder? Aber wir sollten jetzt nicht überstürzen. Was ich ganz gerne machen würde, ist hier erstmal in der Brücke ein bisschen die Leute aufzuhalten. Mit einem Donnerschwert hier zum Beispiel kann man das ganz gut. Und dann auch nochmal Ryan hier hinzustellen vielleicht einfach. Mit seinem Silberbogen. Auf die Art und Weise können wir da so ein bisschen in Schach halten. Und ich glaube, sie tankt auch alle Hits sogar. Also, wenn wir sie kurz heilen könnten. Das müsste auch noch machbar sein. Denn der hier kommt jetzt nicht so weit, wie man sehen kann. Und generell, da müsste es sich überschneiden. Das heißt, ich werde jetzt mit Marv erstmal da rüber gehen. Und danach werde ich Shida da hinten aufstellen. Dass wir noch ein bisschen was zum Pushen haben. Ich brauche jetzt eigentlich nur erstmal ein Heilmittel und dann passt die Sache. Der Gegner wird sich bei anderen Feinden eher mal eine Chance ausmalen, dass er direkt durchkommt. Hier weniger. Das können wir natürlich zu unserem Vorteil nutzen. Das ist klar. Das werde ich auch tun. So, jetzt haben wir hier natürlich noch so ein paar Problemfälle. Das ist klar. Aber nichts, was ich nicht irgendwie gerade biegen lassen würde, oder? Wir gucken mal. Oh Gott. Warum? Jeder von... Oh nein. Leute. Ey, das geht's doch nicht. Ich raste aus. Warum tut ihr mir das an? Also, das Wachstum von Fina ist halt absolut göttlich, ja? Das einzig und alleine Tiki würde dieses Wachstum überbieten. Der einzige Charme-Spieler, der das schafft. Das nur dazu, ne? Das ist schon... Wow. Einen Glückspunkt zu kriegen, ist geil. Ist ja nicht so als... Oh Gott. Ich will wirklich... Ich will keine Worte darüber verlieren. Es ist... Man muss es auf sich wirken lassen. So ganz entspannt und... 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 Oh Gott. Warum? Warum tut ihr mir das an? Womit habe ich das verdient? Warte, wie weit kommst du eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ein Feld zu wenig. Schade. Wäre cool gewesen. Aber egal. Und du hier? Schaffst du das? Hm. Du machst guten Schaden. Das muss man dir lassen. Aber ich denke, ich mache das später mit in die Nerven. Einfach von der anderen Seite. Und wir heilen jetzt erstmal jemanden. Ich glaube, davon haben wir ein bisschen mehr. Sie zum Beispiel ist ja sehr, sehr schnell. Da können wir auf jeden Fall noch was rausholen. Ich würde mir ganz gerne hier auch noch ein Heilmittel gönnen. Gönn dir, Catria. Ein Heilmittel. Kommt sofort. Wohl bekommst. So. Ja, wir lassen das mal so, glaube ich. Kompakt. Dass sie für später einfach bereit ist. Und sich nochmal entgegenstellen kann. Was auch immer da kommen mag. Sehr schön. Das ist mal ein fetter Boost. Oh Gott. Das kommt noch mehr, Leute. Oh Gott. Warum? Tut ihr mir das an? Oh Gott. Aber ich muss sagen, die Crit Rate ist ja das große Problem, ne? Der ist eigentlich selbst auch schon wieder zu hoch. Ich hasse sowas eigentlich, ja? Mag ich gar nicht. 49% getroffen. Oh Gott. Jetzt nicht critten, Chris. Okay. Puh. Ja, das sind natürlich auch Klassen, die sehr gut critten können. Oh. Verteidigungsstieg. Interessant. Spannend. Ah ja, und der greift natürlich auch noch an. Aber das kriegen wir schon hin. Wenn jetzt gleich Minerva von der anderen Seite kommt, sollte sie es ganz gut hinbekommen. Natürlich die auch noch unterwegs. Oh. Hässlicher Schaden, trotz allem. Ist schon ein bisschen viel, finde ich. Aber es geht noch. Aber was da jetzt alles kommt, das gibt es einfach nicht, Leute. Noch mehr Unterstützung. Oh Gott. Das ist halt echt nicht so schön gerade. Okay, die kamen ganz spät jetzt dran, ist klar. Daran können wir uns immer orientieren. Von der KI her. Aber, oh jü. Oh lol. Oh lol, Leute. Nicht gerade die feine Sache hier. Muss man mal sagen. Dezent furchtbar. Denn... Das hier wird sicherlich unglaublich weit kommen. Ja. Ein bisschen sehr weit. Hm. Schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Yikes. Und wir müssen irgendwie hier durchbrechen. Okay, jetzt der Ziel könnte ich vielleicht hinstellen. Ich muss mal gucken. Das könnte ganz gut klappen. Ja, ein Venus-Schwert-Treffer würde reichen. Das mache ich, glaube ich, sogar. Wir müssen hier die Stellung schon halten können. Ich denke, das kriegen wir schon hin. Aber wir müssen auf jeden Fall weiter nach zurück. Oh. 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 Heftig. Krass. Gut gemacht. Wahnsinn. Das war ein sauberes Ausweichen. Hui. Ändert nichts daran, dass wir hier einiges zu tun haben noch. Noch immer. Sag mal, ihr kommt nicht so weit, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Da ist auf jeden Fall was frei. Das heißt, ich kann hier noch in Ruhe mich hinstellen später. Das ist doch sehr cool eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Leute, wir müssen überlegen, wie wir das am besten machen. Auf jeden Fall kommt Luke mal weg hier. Das ist klar. Wir können sowieso noch nicht jetzt direkt pushen. Das ist Quatsch. Das ist utopisch. Das kriegen wir nicht hin. Aber wir können andere Dinge vielleicht machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ein Glück, dass er da nicht hinkommt. Das finde ich sehr gut. Das heißt, theoretisch kann ich hier noch jemanden hinstellen. Und er kann auch als Köder einfach nur fungieren. Das ist gut. Und das ist tatsächlich ziemlich gut sogar. Wie weit kommst du? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah, er könnte noch in Nahkampf wechseln. Schade. Das wäre auch cool gewesen, wenn ich das umgehen hätte können. Wird leider nicht möglich sein. Und Shida selbst braucht ein bisschen mehr als einen einfachen hier. Leider, um die Situation hier gut zu überstehen. Wobei, man könnte was anderes Interessantes machen. Hier kommt er nicht so weit, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja. Wenn ich hier ein bisschen mich eindecke, dann könnte ich Ryan innen reinstellen. Das müsste möglich sein. Dann müsste ich ein bisschen jetzt mit Purgativs allerdings arbeiten. Aha, und zwar zweimal sogar. Ja, weil Ryan kommt hier nicht mehr raus. Das ist das Problem. Ihr bräuchtet am besten irgendwie Zugang zum Vorrat. Das wäre ideal. Ein Elixier könnte auch nützlich sein. Das haben wir doch immer noch im Vorrat, ne? Vielleicht, ja. Vielleicht lässt sich da noch was drehen. Mav selber kann da drüben nur erreicht werden von einer Person zum Beispiel, ja. Das heißt, jetzt muss Palla mal ein bisschen was rüber traden. Wir brauchen da einiges an Hilfe. Stier brauchst du gerade sowieso nicht unbedingt, aber... Wir traden mal eine ganze Masse. Nimm auch mal den Würmtöter weg. Stehst gerade eh ungünstig. Da hilft das hier vielleicht noch ein bisschen. Aber was jetzt wichtig ist, ist... Wir haben doch noch ein Elixier, genau. Das könnte sehr nützlich gerade sein. Und am besten auch wirklich beide Heilmittel rüber traden. Das wird Palla jetzt ein bisschen einschränken von ihren Möglichkeiten natürlich, aber... Das ist mir gerade halt echt ein bisschen lieber. Ich glaube, davon haben wir halt einfach mehr. Stahlbogen kann weg. Nimm mal ruhig nur die kräftigsten Waffen mit. Dass wir hier ganz gut gegenhalten können. Genau. Vielleicht wirst du auch angegriffen, Mav. Das fände ich jetzt aber nicht so schlimm. Genau. Auf die Art und Weise kann ich Palla nach oben stellen. Wir benutzen selbst das Elixier für sie, damit sie das Ganze einfach überleben kann überhaupt. Genau. Wir brauchen so ein bisschen eine defensivere Formation an der Stelle. Meisterbogen ist am Start. Das finde ich gut. So. Du tankst auf jeden Fall einen Hit. Das ist machbar. Kriegst ein Heilmittel rüber. Brauchst zwei, weil ich gleich noch einen Trade machen muss. Genau. Ein Heilmittel wird benutzt. Alles klar. Dann weiterhin hier ein bisschen gucken, dass man einfach campen kann einigermaßen. Tauscht hier auch ein Heilmittel rüber. Dann überstehen wir die Situation auch einigermaßen. Genau. Die kommen ja gar nicht so weit. Aber hier drüben gibt es dann Probleme später. Wir können auf jeden Fall noch raus. Das ist machbar. Das ist doch sehr gut so. Sonst wäre das Ganze um einiges frustrierender. Okay. Und du kommst ja auch noch raus. Also einigermaßen sauber gelöst eigentlich, würde ich sagen. Können zumindest um einiges schlimmer uns treffen. Und so sollten wir eigentlich das alles gut überstehen können. Einigermaßen. Ich weiß nicht, ob ich Fischida nicht doch lieber noch einen Heal raushol. Wobei, da kommt ja keiner ran. Da kann ja nichts passieren eigentlich. Eigentlich sind wir sicher. Eigentlich, Leute. Es kann immer irgendwas Blödes passieren. Man weiß es ja nie, was da noch so kommt. Kommst du noch weit genug? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Leider kommt sie jetzt gerade da nicht rein. Aber egal. Wollen wir hier irgendwas benutzen? Luke könnte natürlich noch immer als Köder gelten. Für irgendjemanden. Ich denke, die Verteidigung könnte ein bisschen schwierig werden später. Aber ich muss doch aus dem Ranch dieser komischen Wüvern draußen bleiben. Das ist auch ein Problem. Da wird es nämlich auch gefährlich. Das heißt, hier die Stellung zu halten wird wirklich tough. Auf Dauer. Wir müssen später doch irgendwie in der Mitte nochmal einigermaßen durchkommen. Oh Gott. Ja, das macht mir gerade echt ein bisschen Sorgen. Aber ich denke, wir kriegen das schon irgendwie. Irgendwie wird es schon hinhauen, Leute. Ja, ich weiß nicht. Catria kann sich ja immer noch selbst healen. Du hast jetzt kein Heilmittel dabei. Würde aber fast sagen, da Chris ist halt mega wichtig. Der hält auch genug aus, dass er mal einen Schlag immer noch so einstecken könnte. Dann ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Da kommt noch jemand hin. Ja. Dann ist es ideal gelöst. Dann habe ich alles richtig gemacht. Dachte ich, wenn der mich gerade. Das könnte sich noch verändern. In der Range. Das wäre sehr gefährlich dann. Und in der Tat. Ah ja, du kommst ja auch hier rein. Ob da noch was spawnt. Man sollte das Risiko nicht unbedingt eingehen. Ich rechne zwar nicht unbedingt damit. Aber wenn es passiert, dann wäre das ein bisschen sehr, sehr doof für uns. Also. Okay. Dich könnte ich noch mal voll healen sogar. Das wäre auch, glaube ich, ganz brauchbar. Machen wir. Okay. Jetzt wird es spannend. Oh Gott. Ah ja. Da kommt einer hin. Das ist auch in Ordnung. Aber viel passieren sollte eigentlich nicht. Er ist jetzt fast erledigt. Das ist ganz gut so. Bitte vergeben. Ich wollte das nie. Da ist das Problem. Bitte. Okay. Wenn du critest, ist das nicht so schlimm. Ne. Passt schon. Weil sie zweimal angreift. Hätte schon ein Doppelcrit sein müssen. Ja. Sehr gut. Gut. Ah ja. Und er geht hier, okay, wegen Meisterbogen direkt auf sie los. Und weil er zweimal angreifen kann. Ist zwar schmerzhaft, aber naja. Wir haben es jedenfalls überstanden. Oh, das heißt aber, er hat kein Donnerschwert mehr equipped. Cool. Die fliegen tatsächlich rein. Das finde ich aber sehr gut gerade. Okay. Also sieht ganz so aus, als könnten wir uns noch ganz gut schlagen hier. Gefällt mir. Da drüben, an dem Punkt kann ich stabilisieren. Das ist um einiges besser. Wirklich, Leute. Um einiges. Oh, Mist. Wenn du jetzt nicht so angeschwächt wärst. Aber das kriegen wir auch noch hin. Geh du auch erstmal in die Festung hier. Wir können sicherlich auch jemanden auf die anderen Seiten stellen und so weiter. Später. Möglich ist jetzt vieles. Ja, Jida ist halt sehr viel schneller. Die würde um einiges besser klarkommen später. Hier gefällt mir halt nicht, dass sie doch so viel noch abbekommen könnte insgesamt. Wenn ich Fina da stehen habe, dann wird die ziemlich sicher von irgendjemanden angegriffen. Was ich auch nicht schlecht finde. Mal angenommen, ich bringe jetzt halt hier Palla raus. Genau, du kommst ja eh weit genug. Würdest du hier stehen? Ich würde dich rausbringen. Dann wäre jetzt hier Fina. Wenn jetzt Jida vor dir stehen würde. Da ziemlich sicher irgendwer hier den Weg versperrt. Kommen danach vielleicht noch zwei Angriffe durch für Jida. Und sie könnte sich vollhealen durch das Heilmittel. Das ist jetzt mein Plan erstmal. Ich denke, das ist auch ganz gut so. Mhm. Das machen wir auch so. Hier kann ich eh nicht mehr viel retten. Es war gut, das Elixier nochmal sinnvoll eingesetzt zu haben. Und mehr können wir echt nicht rausholen. Viel interessanter. Also mal abgesehen vom totalen Range. Moment. Ich will den zu... Genau. Ich will den aushaben mal kurz. Moment. Genau, das seid ja nur ihr beide, ne? Hier gerade, die markiert sind. Krass. Ja, die kommen da nochmal auf uns zu später. Das kann lustig werden. Ich würde aber fast sagen, wir können da auch entgegenhalten, ne? Wobei 17 Speed war ja das... Ah, das ging nicht. Aber sie könnte das. Durchaus. Will ich das überhaupt? Ist die andere Frage. Denn wenn jetzt da jemand steht. Er greift mich ja von hier aus an. Dann kommt zum Beispiel Chris nicht ran. Und dann habe ich nur zwei Flugeinheiten, die das könnten. Ich glaube also, es ist eine eher schlechte Idee, das zu machen. Und wir sollten uns lieber erstmal zurückziehen. Meiner Meinung nach. Die klügere Wahl. Genau, wenn Fina hier steht, wird sie sicherlich angegriffen. Das können wir komplett ausnutzen. Großer Vorteil für uns. An der Stelle. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann mal gucken, wie sich der Rest entwickelt. Wobei Fina hätte zwei Angriffsflächen. Das ist auch ein Problem. Sie ist zwar unglaublich gut im Ausweichen. Das muss man ja auch lassen. Aber auch nicht so extrem. Sie tanken einen Hit. Das ist in Ordnung. Aber halt nicht mehr. Also wäre es doch ganz klug, wenn hier irgendwer noch weiterhin versperren würde. Aber Wer? Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Mit seinem Donnerschwert macht er um einiges weniger, oder? Ach, der hat mich mit dem Donnerschwert direkt angegriffen. Deswegen war das vorhin so merkwürdig vom Verhalten. Also Fina hat auf jeden Fall Prüvo für den Feind. Und es wird auf jeden Fall ein Feuerdrache als erstes versuchen, Fina anzugreifen. Heißt, ein Feuerdrache wird hier oder hier den Weg versperren. Was ganz gut ist für uns. Dann steht hier also ein Feuerdrache. Okay. Könnte aber hier noch jemand angreifen. Problem. Heißt, dagegen müssen wir was machen. Würde ich jetzt Paller hochheelen, dann müsste ich dafür wahrscheinlich zweimal... Achso, nee. So viel habe ich gar nicht an Kapazität. Ich könnte einen Purgativ benutzen, ja. Aber es wäre eh zu wenig. Weil einfach Paller zu langsam ist jetzt gerade in der Klasse. Halt um einen Punkt gerade auch noch ausgerechnet. Ich könnte sie um bis zu 30 Punkte heilen. Das wäre aber immer noch zu wenig, fürchte ich. Das ist also wirklich keine Option, die wir hier hätten. Und sie hier kann leider von denen gedoppelt werden. Was auch nicht gerade nett ist, aber... So ist das halt gerade. Ryan wäre relativ robust. Aber wenn ich jetzt Ryan hier rein stelle... Okay, weil der... Warte, der Feuerdrache wäre später da. Dann hätte ich genau dieselbe Zwickmühle nochmal. Und wenn ich hier jemanden weg stelle, dann würde... Der wahrscheinlich einfach wieder auf Distanz greifen. Dann wäre zu viel Angriffsfläche für viele offen. Das ist auch ein Problem. Kann ich also auch nicht wirklich machen. Ich überlege gerade, Leute. Das ist gar nicht mal so leicht. Ich meine... Da die Feuerdrachen Priorität haben... Es ist relativ wahrscheinlich, dass Fina ausweicht. Immerhin. Ja gut, 113 gegen 33 ist jetzt... Wir haben vielleicht noch Supports, okay. Aber das war es dann auch schon. Ei, 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 Leute. Das ist eine echt heikle Angelegenheit gerade. Wir können gar nicht so viel machen. Ah, doch. Wir können was machen, Leute. Doch. Oh ja. Oh ja. Wir können... Doch, wir können die KI wieder schießen. Zwar würde dann sich hier jemand hinstellen und würde Luke angreifen. Und auf der anderen Seite würde dann hier jemand angreifen und Fina angreifen. Ja, dass das würde gehen. Das müsste machbar sein, Leute. Das probiere ich jetzt mal. Das könnte funktionieren. Mhm. Mhm. Vertraut mir. Ich weiß, was ich tue. Ja, ich habe eine gute Idee, wie man die KI austricksen kann. Da Luke immer noch die Möglichkeit hat, dass er mit 2% gecrittet werden könnte und Feuerdrachen trotzdem Priorität haben, können wir auf jeden Fall ihn dann reinstellen, wenn wir ihn kurz healen. Und ich denke, das dürfte die beste Idee sein, die man hier haben kann. Somit sind zwei Angriffsflächen gerade so platziert, dass man mit Luke durchkommt. Oh Mann, das ist so Next Level gerade. Aber egal. Ich hoffe, das kann jeder nachvollziehen, weil ab 2% denkt die KI, eben wieder, sie kommt direkt durch. Und das sind die halt mit 9% und so immer gegeben, diese Fälle. Dadurch müsste es theoretisch möglich sein, dass wir hier ganz gut durchkommen, weil die Feuerdrachen haben Priorität und müssen einmal Fina und einmal Luke angreifen. Und das können wir uns zunutze machen gerade. Das ist genau das, was ich jetzt möchte. Und Shida ist schnell genug. Die wird nicht gedoppelt und kann erstmal halten. Was auch sehr nützlich für uns ist gerade. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet, meine Theorie. Und wir machen das jetzt. Ja, in der Tat. Oh Gott, der Wüwan. Das war trotzdem zu risky. Ich habe vergessen, dass die ja auch noch so weit kommen. Also dieser Range. Ich habe aber die KI richtig eingeschätzt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und das heißt, trotzdem läuft jetzt alles eigentlich nach Plan. Aber der Wüwan, Leute, der Wüwan. Wir hätten ihm noch Skorpion geben müssen. Das hätte dich gänzlich gesichert, die Strategie. Das war jetzt eigentlich gar nicht so perfekt. Oh, bitte critter dich nicht durch. Bitte critter dich nicht durch. Danke, Shida. Ja, wir müssen aufpassen wegen Daros. Ich will den Typen nicht aus Versehen killen. Das könnte noch passieren. Das könnte halt echt noch passieren. Okay, aber so weit, so gut. Wir halten die Stellung erst mal. Darauf kommt es an. Oh Gott. Es wird sich staunen, Leute. Erst mal so komplett ins Eck gedrängt. Eigentlich sollte man hier ja so ein bisschen durchpushen auf dieser Map. Aber ja, ne. Ich glaube, das können wir erst mal beiseite schieben. Oder so. Oh mein Gott. Okay. Das ist witzig. Es staut sich. Und Daraus ist jetzt fast kaputt. Aber der wird wahrscheinlich mit dem Wurfball weiterhin angreifen. Und wir können natürlich auch wechseln. Und das Problem ist eher, dass mir so allmählich die Anwendungen hier ausgehen. Aber ich kann schon was tun. Ich denke, das kriegt man schon hin. Es ist trotzdem irgendwie ziemlich lustig. Ja gut, ich könnte hier ein paar Tiere benutzen direkt. Das würde wahrscheinlich einen sofort töten. Aber ich habe eher Angst mit dem, was dann hinterherkommen könnte. Weil ich brauche wahrscheinlich nicht mal ein paar Tiere. Einen Silberbogen macht es wahrscheinlich auch. Oh mein Gott. Und das sind ja immer noch nicht alle. Jetzt kommen gleich noch mehr Leute. Hahaha. Okay. Das ist witzig. Die übertreiben es ein bisschen. Das war jetzt auch nur wegen Next Level Strat. Das ist halt möglich gerade. Weil ich die KI halt entsprechend manipuliert habe. Dass sie auf Luke geht und dann auf Fina. War halt der ideale Schachzug hier. Hätte man nicht besser machen können. Außer halt mit der Absicherung. Das war ein Fehler. Vorhin. Glücklicherweise ist Luke sehr gut im Ausweichen. Hat viele Supports hier direkt auch neben ihm. Und dementsprechend weicht er sehr gut aus. Aber hätte auch ins Auge gehen können. Das wäre natürlich ein Punkt Unterschied. Das gerade. 17. Und das sind hier halt 21. Ihr wisst ja wieder. Hier sind es ja nur vier Punkte. Differenz, die man braucht. Keine fünf. Das darf man nicht vergessen. Das ist sehr wichtig. Und. Insofern auch ein kleiner Bug drinnen gehabt. Weil ich habe ja Skorpion in der Nähe. Hätte ich locker machen können. Jetzt nicht zu umständlich gewesen. Aber. Gut. Immer schön selbst analysieren. Seine Fehler finden. Und nochmal besser machen. Aber an sich läuft das schon ganz gut. Würde ich sagen. Aber. Holy Crap. Man merkt mal wieder. Jetzt ist es mal wieder ein bisschen tougher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Leute. Aber das macht natürlich auch alles spannender. Oder? Wie seht ihr das? Definitiv. Jetzt bist du immer so ein bisschen. No. Ganz nett. Und jetzt. Kriegen wir alles ab, Leute. Die volle Bandbreite an Möglichkeiten. An schmerzhaften Möglichkeiten. Aber. Früher oder später, Leute. Nutzen wir das Nadelöhr erstmal bestmöglich aus. Und. Ein Glück, dass Shaida so ein MVP bei mir geworden ist. Die beiden Generälenen. Sind einfach unsere absoluten MVPs. Das sind richtige Generälenen hier. Die haben was drauf. Ich sag's euch. Richtig cool. Aber wie auch immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von New Mystery of the Emblem. Um. Untertitelung des ZDF für funk, 2017